Es gibt viele Möglichkeiten, Trier zu entdecken. Studenten der Universität Trier haben eine Alternative zum klassischen Reiseführer entwickelt, den Audio-Guide Talking Stones. Talking Stones ist eine App, die wir für Smartphones entwickelt haben und die die antiken Städte in Trier neu erleben lassen soll. Ein Download und schon kann es losgehen. Herzlich willkommen zu diesem etwas anderen Stadtführer für die antiken Städten in Trier. Als Historiker und Archäologen, wenn wir in solche Städten gehen, sprechen die Steine zu uns. Und das, was sie uns erzählen, möchten wir gerne weitererzählen. Auf eurem Weg durch Trier geht ihr zuerst von der Porta Nigra zum Dom. Ihr seid im Jahr 315 n. Chr. und begleitet den Sklavenjungen Servius. Er wird in eine geheimnisvolle Verschwörung um Kaiser Konstantin verwickelt. Uns war es eben ganz wichtig, die historischen Fakten wissenswert, spannend zu erzählen und in Geschichten zu verpacken. Ihr werdet an viele verschiedene Schauplätze aus der römischen Zeit geführt. Und vielleicht begegnet ihr sogar einem echten Römer. Wir haben uns diese Hintergrundgeschichte, die den Hörer dann durch die einzelnen Städte und durch die einzelnen Stationen leitet, überlegt. Weil wir uns dachten, dass man so eben diese Städten auf eine neue Art und Weise entdeckt. Das Abenteuer von Servius führt euch in die Katakomben des Amphitheaters. Das Amphitheater ist die Endstation auf eurer Tour. Hier findet das große Finale der Verschwörung statt. Entspannung im Hier und Jetzt. Nach dieser aufregenden Reise durch die Vergangenheit mit Servius einfach die Aussicht genießen. , wost du dich dennos aus beachten soll. Vielen Dank.